und herzlich willkommen zu live auf p wir machen hier weiter danke an die leute die mir folgen die mich hier unterstützen hier abonniert haben nämlich unterstützen dass dieser kanal hier etwas größer wird danke dafür das tut mir gut das ist super von euch danke so hier machen wir jetzt weiter ach ja und es kann auch sein dass heute nicht so viel content kommt oder morgen weil meine frau ist nicht so gut geht und von die krank geworden ist und so und ich jetzt nun mal an der stelle noch sagen danke für das verständnis aber hier kommt noch viel mehr ich habe noch viel vorher auf dem kanal also noch einiges kommen lasst euch überraschen was noch alles kommt es kommt alles mögliche alles was man spielen kann kommt hier auf dem kanal also legen wir los und hier haben wir wieder den hinterher ich habe eigentlich gedacht er wäre weg aber nein nun gleich so aggressiv kommt hier raus oder was doch immer bist wieder los jetzt brauche wir geben schon mal es ist keine oma ist ein gammel wie irgend gammel für das rumgammelt wird mich aber schon ganz schön betrinkt ist gebracht eben gibt es die runde entdecken die das spiel 1 aus wie bei mir die leute die kurzen herum hier aber ich habe muss geordnet so schauen wir mal wie man muss ich diese kisten mit meiner immer egal ob was drin ist oder nicht die sind unzerstörbar okay mann im press easy show but i got a horse you really gonna take on the black rabbit brotherhood bei yourself alleine nicht helft die mir doch oder das hoffe ich doch ach die kommen wir zu okay dann macht etwas anderes es kommt jetzt noch ein boss gut da will ich mich natürlich etwas hoch die kiste könnte aufgeben da gehen wir erst mal ins hotel na ja da möchte ich hin danke spiel viele vielen dank ja so ist das ich mache schon noch etwas nehmen kann das wäre jetzt was will ausdauer was haben wir hier noch hotel hotel ich habe keine rückkopplung ich habe vergessen am fernsehen die lautstärke weg auszumachen na ja anfänger fehler um die kraft alle jetzt mal ein stück damit irgendeiner geht jetzt ab immer wieder da rein so wir kommen schon hoch und auch noch mal hin das habe ich gedrückt ok ich will die alle mitspielen helft mir kommen die da her oder nicht hallo ja hier wieder zurück besser ist das das wird bestimmt hier schwer genug oh ja da haben wir ein paar neidemits und 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 solle schreien oder was da gehe ich nicht rein und 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 Oh ha! Oh ha! Oh ha! Sehr gut! Wer weiß was los ist jetzt, ne? Was uns hier erwartet, es kann eine längere Session geben. So Leute! Okay, die sind abgehauen, ne? Die Fuchsen, Cut, Fuchs und Cut, das sind abgehauen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Manchmal geht es ja auf einen Hieb, manchmal... Okay, okay. Oh, der hat drei Schweine, der hat drei Schweine. Die Hilfe hilft gar nichts, ne? Ich mach das jetzt erst mal alleine. Erst mal schauen, was der für Moose drauf hat. Ja, ja. Jetzt wird Gleichstritt hier. Bleibliegen. Die wollten mich haben, ne? Die Hasen-Gang, ne? Jetzt gehen alle auf mich, oder wie? Ja, klar. Okay. Socken kriegen wir auch nichts? Okay. Oh, hahaha. Sie wollten mich abschließen, ne? ja ich bin ja mein kunde in den kommentaren schreiben was es gern sehen möchte ob ihr irgendein lieblingsspiel hat was ihr sehen wollt das kann ich dann hier machen auch wieder kommen Er trifft mich auch, ja. Was bin ich jetzt noch dabei? Bleib weg! Ich will mich doch heilen. Was geht denn ab? Ach nein, oder? Er schwingt die Schwert an den Enden. Wie er will. So. Das muss mir jetzt bald gelingen, weil... Weil mir sonst diese... Kann leider ausgehen. Diesen Mondstein da. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Oh, du hast hinten gelbe. Let's have to see you for a minute, no? Was? We're going to parkourne isa keeler. Was?! Was? Was? ich habe mich doch ja eben gedrückt die rege doch gar nicht wieder zeit mich aufzuregen jetzt wieder zeit für meine plüten wenn ich hier gleich durchdrehen aber in der ruhe in der ruhe liegt ja die kraft bekanntlich mikrofon habe ich auch wieder zu nah an der schnute hängen der dicke was der hat es mir gegeben der zeigt es mir so richtig ja ja weg hier ich teste jetzt mal was aus was macht noch megadamage ich will hier so wie kann ich werfen das kann ich werfen der fall jetzt habe ich eins ich mache es ja drinnen in anderen typen ablenkung ein bisschen bringe ich auch ja komm ich schwärfe schon mit ab du schwein ja 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 Der Koi ist mein! Mein! Move for me, brothers! Oh, no! Knock him out, bro! All right, then! It's my turn! All right, then! Oh, come, come, come! Was ist denn der jetzt von mir? Der wird's wissen! Das ist leer! Ah, nein! Oh mein Gott! Jetzt hab ich nichts mehr. Mann, warum kommen jetzt noch die anderen mit dazu? Der Dicke ist schon schwer genug. Ah! Oh, Mann! Die ist mir ein bisschen mehr gefällt eben, ne? Schlapp machen! о no 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 no! Ne, nalu no! Füppeln! Frütteln! 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 summoned & bessels noch 21 mal kann ichs raus holen. Kannst den typen herbei rufen. Na ja. er braucht ja nicht so viel oder mit uns wieder auf mich bei schweine nein ja du hast energie oh man ich kann nicht mal aufstehen ich habe keine zeit zum aufstehen wo mich da ist noch irgendwas erst mal den endpost fertig machen gucken kann ich immer noch wenn der kampf vorbei ist bitte noch eine weile dauern bis der fettig ist schneiden danke danke für die schleiferei nein ja ja ich war nicht was nein ich brauche bleiben ich hab's geblockt zum glück ich hab mich vertraut was mir noch was ich hab keinen überblick mehr ja guck in die richtung da beachten mich gar nicht oh man 11 dran vorbei was soll die jetzt von mir was 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 oh my god was 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 warum uns gegen alle kürzen der andere tut er hat nichts gemacht schon der dicke drehen der ist ebenso komisch gelaufen konflikts waren ich hätte es so schön machen können aber nein mein freund npc ist ja auch gestorben was ist denn los was die mich so sehr gut wie das vieh muss man alles haben wir schweine bring it on you ain't seen nothing nein ja 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 Lass die Zimmern auf mich ein! Mein Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ne? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber wie komme ich hier hoch? Hier ist ja noch was. Lecker, das ist ein Leiter, habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Was ist denn mit dir? Verkaufst du irgendwas hier? Gott. Hätte ich das vorher gewusst. Ich dachte, dass es nicht mehr Gelegenheiten gibt. Aber du? Ich liebe ein bisschen die Behandlung, aber du bist mit der Bräderbräder Bräder? Ich kann nicht sagen, was ist real und was ist falsch, ehrlich gesagt. Mein Job ist zu verkaufen, nicht zu tun. Wenn es falsch ist, dann bist du derjenige, um zu verabschieden. Mal gucken. Ja, gut. Ja, tolles Sachen dabei, ne? Ich habe meine Freunde mitgelevelt. Hm, hm, hm. Warte mal hier, haben wir hier auch was. Wir haben doch Ergo. Schön. Ja, da geht doch. Dann machen wir auch mal 8, so. Ich will mich mal ein bisschen eindecken, ne? So. Die Böse sind der Auto auch, das genau. Das war alles? Okay. Ich muss wahrscheinlich etwas sagen. so wie es weitergeht in der nächsten folge danke fürs zuschauen teilneigen abonnieren ihr wisst ihr bescheid nur wer abonniert ist glücklicher mensch nur wer abonniert ist glücklich das ist einfach so also abonniert mich dafür bedanke ich mich haut rein cheerio